Hallo Freunde, willkommen zurück im Restaurant Campus Studio. Ich bin der Peter Graf und wir schauen uns jetzt an im Stand Funktion und Bedienung Teil 2. Und zwar schauen wir uns hier diesen rechten Bereich der Befehlstasten, der Funktionsbuttons an. Okay, also wir sind jetzt hier unter Stand 1 und hier haben wir in der ersten Zeile haben wir wieder die Tasten, um die jeweilige Eingabemaske zu starten. Das sind die gleichen Masken wie hier drüber auch. Die Taste mit Maske AB startet ebenso diese Eingabemaske wie auch hier die Rakete. Also es ist einfach doppelt und die Symbole dienen einfach dazu, dass man sich optisch besser orientieren kann und es schneller findet. Je nach Belieben kann man sich einfach aussuchen, welchen Link man da eben nutzen möchte. Also wir sehen auch hier Fassung Tag. Hier ist das gleiche Fassung Tag. Da kommt die gleiche Eingabemaske. Okay, dann die Zeile darunter haben wir die Möglichkeit eine Reset durchzuführen und zwar für die jeweilige Datenspalte. Fügen wir da kurz mal ein paar Daten einfach rein auf die Schnelle da, dass wir einfach einen Datenbestand haben. Da irgendwelche Daten kurz eintragen. Da auch. Die Schnelleingabe geht das irrsinnig schnell da. Und da auch noch kurz ein paar Daten. So, und dann kann ich das gleich demonstrieren. Jetzt können wir eben hier Reset AB ist der Reset Anfangsbestand. Er erfordert wieder eine Bestätigung. Willst du den Inhalt der Spalte AB Tag auf 0 setzen? Also willst du die Spalte Anfangsbestand Tag auf 0 setzen? Wir sagen ja, zack und er löscht die gesamte Spalte. Das gleiche auch hier. Willst du FV Tag, also Fassung und Verkauf Tag auf 0 setzen? Jawohl, jawohl, weg ist er. Das gleiche kann man hier bei Eigenverbrauch und Bruchtag machen. Und hier natürlich auch beim Endbestand. Analog gibt es das gleiche natürlich auch für die Nacht. Also hier haben wir wieder Reset Fassung, Eigenverbrauch und Endbestand. Alles für die Nacht sind immer die gleichen Funktionen. Zur Übersichtlichkeit schalt ich jetzt wieder zurück auf Einschichtbetrieb. Und ja, genau, das war der Reset. Jetzt kommen die Funktionen des Kopierens und Datenimportierens und Übertragens über den Zwischenspeicher. Die Grundfunktion ist eigentlich sehr simpel. Wir alle kennen wahrscheinlich, ihr werdet wahrscheinlich alle kennen, dieses Copy und Paste Verfahren. Wir kopieren was auf der einen Seite, fügen das quasi in den Zwischenspeicher, in die Zwischenablage. Und dann gehen wir an den Zielort, wo wir das einfügen wollen und geben den Einfügebefehl. Vom Aufbau her ist das hier gleich. Wir haben hier die Funktionen, Daten in diesen Datenspalten über den Zwischenspeicher zu importieren und zu exportieren. Und wir beginnen gleich mit diesem ersten Befehl. Das ist dieser Befehl AB Tag in den Zwischenspeicher. Da passiert folgendes. Da wird der gesamte Inhalt, der Spalte Anfangsbestand Tag, der wird markiert und in den Zwischenspeicher kopiert. Egal wie viele Zeilen ihr jetzt gerade aktuell habt, er markiert euch automatisch genau diesen Bereich und speichert den in den Zwischenspeicher hinein. Das heißt also, wofür brauchen wir das? Das brauchen wir, wenn wir in unserem Datenclient, da haben wir ihn auch schon, wenn wir in unserem Datenclient einen Anfangsbestand eintragen möchten. Wir machen jetzt da kurz den Datenclient leer und löschen das einfach mit den Reset-Tasten da jetzt, die einzelnen Spalten im Datenclient. So, jetzt ist der Client leer. Immer bedenken bitte, ich habe es im letzten Video schon erwähnt, die Zeilenanzahl muss identisch sein zwischen Restaurant Compass. Wir haben hier 27 Zeilen und dem Client, wir haben hier ebenso 27 Zeilen. Das ist perfekt genau identisch. Damit wird auch der Datentransfer zwischen diesen beiden Dateien und Programmen perfekt funktionieren. Also das ist ganz wichtig hier, die Zeilenanzahl identisch sein und es darf sich auch inhaltlich hier bei den Artikeln nichts geändert haben. Also immer daran denken, wenn ihr eine Änderung in der Artikelliste macht in Restaurant Compass, bitte immer die Artikelliste auch im Client aktualisieren. Also diese beiden Dinge sind ganz, ganz wichtig. Also Änderungen in der Artikelliste, immer automatisch auch die, also immer von Hand daran denken, dass man von Hand auch die Artikelliste hier im Datenclient aktualisiert. Das passiert nicht automatisch, aber man kann es sehr einfach machen, wie wir es im letzten Video gemacht haben, über diese Funktion Artikeldaten in den Zwischenspeicher hier einmal klicken und dann Zwischenspeicher in die Artikeldaten klicken und dann sind die Daten da. Okay, wir haben jetzt die identische Liste, das passt und wir haben jetzt, wir wollen jetzt diesen Befehl, AB Tag in den Zwischenspeicher. Das heißt, ich gebe jetzt noch kurz einmal da einfach ein paar Daten ein, damit wir einen Anfangsbestand haben. Nur als Beispiel, da gebe ich jetzt einfach irgendwas ein, dass wir da, zack, bumm. So, jetzt haben wir einen Anfangsbestand und jetzt sagen wir, wir wollen diesen Anfangsbestand in den Datenclient exportieren. Das heißt, das machen wir folgendermaßen, diesen Anfangsbestand exportieren in den Client. Wir gehen her, klicken hier einmal auf AB Tag in die Zwischenspeicher. Wir sehen, er hat jetzt alles markiert und kopiert. Und dann klicken wir, öffnen wir unseren Datenclient, beziehungsweise der sollte schon vorher geöffnet sein. Also vorher beide öffnen, Datenclient und Restaurantkompass. Und dann gehen wir im Client auf den Befehl Zwischenspeicher in den Anfangsbestand Tag, AB Tag. Das ist dieser hier. Klicken da einmal rauf. Er fragt uns eine Bestätigung. Willst du den Inhalt des Zwischenspeichers in den Anfangsbestand tag kopieren? Wir sagen ja. Zack und wir sehen, wunderbar, wir haben jetzt genau den gleichen Anfangsbestand, wenn man sich das da nebeneinander ansieht. Wir haben jetzt ganz genau den gleichen Anfangsbestand. Wir haben vier Apfelsaft, wir haben zwei Johannisbeer und so weiter. Johannisbeer ist da zweimal jetzt drinnen und so weiter. Und wir haben sechs Maiswein. Jetzt haben wir mit zwei Klicks, so schnell geht das, machen wir es gleich noch einmal. Mit zwei Klicks geht das da Anfangsbestand in den Zwischenspeicher und dann gehen wir da her, Zwischenspeicher in den Anfangsbestand. Also mit vier Klicks ganz genau, aber wirklich mit ein paar Klicks. Und zack, da ist der Anfangsbestand jetzt da herüben. Okay, ich gebe das da wieder ein bisschen runter, damit es übersichtlicher bleibt. Das war jetzt einmal dieser Befehl, Anfangsbestand in den Zwischenspeicher. Dann gibt es die Möglichkeit auch umgekehrt, den Zwischenspeicher in den Anfangsbestand zu spielen. Das könnt ihr dann verwenden, wenn ihr sagt, okay, wir haben jetzt hier im Datenclient einen Anfangsbestand und den möchte ich auch im Restaurantkompass haben, diesen Anfangsbestand. Das werdet ihr hin und wieder brauchen, eher selten. Die Regel ist so, dass wir den letzten Endbestand als neuen Anfangsbestand verwenden. Und das passiert automatisch mit der Funktion Neuer Tag. Die schauen wir uns dann noch gemeinsam an. Es kann in seltenen Fällen vorkommen, dass ihr sagt, okay, ich habe da jetzt den Anfangsbestand vom Client und den will ich jetzt auch in den Restaurantkompass als Anfangsbestand verwenden. Da machen wir den kurz einmal löschen da jetzt. Wir sagen, wir haben jetzt da keinen oder einen falschen Stand drinnen oder halt andere Daten. Und wir wollen jetzt hier vom Client den Anfangsbestand in den Restaurantkompass rüberspielen. Ja, geht aus ganz einfach. Da gehen wir einfach her auf Anfangsbestand in den Zwischenspeicher. Einmal hier, zack. Und dann klicken wir auf Restaurantkompass und klicken auf Zwischenspeicher in den AB-Tag. Er fragt wieder nach einer Bestätigung. Wir sagen ja und zack. Und wir sehen, jetzt haben wir den Anfangsbestand vom Client hinübergespielt in Restaurantkompass. Also ganz einfach, mit ein paar Klicks könnt ihr die Stände hin und her switchen, so wie ihr sie gerade braucht. Nächste Funktion ist der Befehl Zwischenspeicher in Tag. FVE, VEB. Also hier geht es darum, dass wir aus dem Zwischenspeicher die Daten einfügen in den Tag. Tag, Fassung, Eigenverbrauch und Endbestand. Also diese drei Spalten, das sind ja diejenigen, die wir uns dann in der Routine, also routinemäßig jeden Tag aus dem Client importieren. Das ist ein ganz wichtiger Befehl, den werdet ihr praktisch jeden Tag benötigen. Für unser Beispiel geben wir jetzt einfach kurz mal ein paar Daten ein. Ich gebe jetzt noch geschwind irgendwelche Beispieldaten ein, dass wir da was drinnen haben zum Übertragen. Dann formieren wir jetzt noch einen Eigenverbrauch. Und dann machen wir da noch einen Endbestand. Einfach irgendwelche Beispieldaten. So, zack. So, wir haben jetzt im Client unsere Daten drinnen. Wir haben Anfang, Fassung, Eigenverbrauch, Ende. Service hat alle Daten eingetragen. Und wir machen jetzt die Abrechnung. Und dazu brauchen wir natürlich diese Daten hier. Fassung, Eigenverbrauch, Ende. Und regelmäßig, also in eurer Tagesroutine wird es so sein, dass ihr diesen Anfangsbestand hier schon hier in Restaurant Compass drinnen habt. Der wird daher mit diesem Befehl nicht mitkopiert. Da geht es darum jetzt Tag in den Zwischenspeicher. Und da kopiert er jetzt eben nur diese drei Spalten. Fassung, Eigenverbrauch, Ende. Weil der Anfangsbestand an dem darf in der Regel ja nichts zu rütteln sein. Deswegen wird er auch nicht mitkopiert mit diesem Befehl. So, also wir gehen jetzt her. Wir kopieren jetzt den Tag in den Zwischenspeicher hinein im Client. Also hier im Client kopieren wir uns den Tag in den Zwischenspeicher. Damit erfasst er alle diese Daten mit einem Klick. Dann gehen wir auf Restaurant Compass. Und jetzt kommt der Befehl Zwischenspeicher in den Tag. Und er fragt uns nachher nach einer Bestätigung. Wir sagen ja. Und zack, wir haben alle Standdaten vom Tag hier jetzt in Restaurant Compass drinnen. Und wir haben sofort die Tagesauswertung. So schnell geht das. Also das sind nur ein paar Klicks. Und dann hat man den Stand von einem gesamten Tag hat man sofort rüber kopiert. Okay, nächster Befehl. Wir haben die Möglichkeit eB-Tag in den AB-Tag zu kopieren. Schauen wir uns das gleich an. Das wird eher selten sein, dass ihr den verwenden möchtet. Er ist drinnen als Abkürzung. Wir sagen jetzt zum Beispiel, also wir aktivieren ihn. Wir wollen aus welchen Gründen auch immer diesen Endbestand hier zum Anfangsbestand machen. Und dann fragt er uns wieder, willst du den Endbestand als Anfangsbestand festlegen? Wir sagen ja. So, und dann sieht man, er hat hier den Stand, alle Dreier hier in den Anfangsbestand rüber kopiert. Und jetzt kommt noch eine routinemäßige Abfrage, ob ihr die anderen Spalten, jetzt Fassung einfach auf Ende, auf Null setzen wollt. Also quasi das ist der Reset. Und jetzt sagen wir, ja, okay, Reset, erlöscht, ja, okay, Reset, okay. Und ihr könnt auch Nein sagen, dann bleibt es einfach drinnen stehen. Also das ist sozusagen die manuelle Aufbereitung für einen neuen Tag, dass man den nur jetzt im Stand hier, dass man den Endbestand zum Anfangsbestand macht und dann die übrigen Spalten löscht. Ihr werdet in der Regel den Befehl Neuer Tag verwenden und damit fällt der E flach. Er ist nur als Zusatzfunktion drinnen, wenn ihr das anders machen möchtet. Das steht euch einfach frei. So, der nächste Befehl, den wir uns anschauen, ist der Anfangsbestand Tag in den Endbestand Tag. Ist auch ein Befehl, den ihr wahrscheinlich nur sehr selten brauchen werdet. Was passiert dabei? Er kopiert den Inhalt vom Anfangsbestand in die Spalte vom Endbestand. Machen wir es einfach einmal. Er fragt uns, willst du den Anfangsbestand in den Endbestand? Wir sagen Ja übertragen. Ja, zack, so und was passiert? So, wir sehen, wir haben hier jetzt den Anfangsbestand in den Endbestand übertragen. Und bei was kann man das brauchen? Es kann Sinn machen, wenn ihr mit Papierlisten arbeitet. Wenn ihr also hier mit dieser C-Liste arbeitet. Also nicht in der Service-Station mit einem Client digital arbeitet, sondern ihr drückt die aus und der Service arbeitet manuell, trägt es ein. Dann könnt ihr euch bei der Dateneingabe sozusagen die Arbeit ein bisschen erleichtern, indem ihr den Anfangsbestand zum Endbestand macht und dann nur die Abweichungen eintragt. Das ist eine Option, die ihr habt, die ihr machen könnt, die Sinn macht, wenn man mit Papierlisten arbeitet. Ja, dadurch wird sozusagen die Dateneingabe beschleunigt, wenn man Papierlisten eingeben möchte. Okay, das ist diese Funktion. Löschen wir diese Spalte da wieder. Jetzt bleibt nur noch übrig die Funktion Neuer Tag. Eine Schicht. So, jetzt gehen wir kurz einfach ein paar Daten noch ein, damit wir ein paar Beispieldaten drinnen haben. Hier, den Eigenverbrauch. So, das ist natürlich ein Plätzchen da 11. So, einfach nur, dass ein paar Daten drinnen sind. Und dann machen wir noch den Endbestand kurz da einfach überall ein Dreier, dass wir ein paar Beispieldaten. So, jetzt haben wir einen kompletten Tag abgerechnet. Ihr habt jetzt die Standdaten importiert. Die Abrechnung ist jetzt fertig. Die Kontrolle, die Kontrollabrechnung ist jetzt fertig und ausgewertet. Wir haben jetzt mit diesen Standdaten einen Umsatz von 256,65 Euro. Ihr habt auch die Rechnung verglichen mit eurem Kassersystem. Es gibt keine Unklarheiten und so weiter. Ihr habt weiters, wenn ihr es dokumentieren wollt, habt ihr ausgedruckt. Ihr habt eure Abrechnung ausgedruckt. Das wird in der Regel Sinn machen, dass man hier die Standabrechnung auch ausdruckt, dokumentiert und sich aufhebt. Das Mindeste, was ich empfehlen würde, ist jeden Tag hier das hier auszudrucken. Aber es macht durchaus Sinn, also hier die Tagesabrechnung mit der Übersicht, aber es macht durchaus Sinn, dass man eben jeden Tag die Standkontrolle auch ausdruckt, dokumentiert, weil vielleicht hat man irgendwann einmal eine Frage schnell nachschlagen und so weiter. Dann braucht man sich den Tag nicht neu aufbereiten und man weiß ganz genau, wie man den Tag abgerechnet hat und kontrolliert hat. Also wenn ihr das alles gemacht habt, eure Abrechnung ist total fertig, ihr habt alles eingegeben, alle Klarheiten beseitigt, alle Unklarheiten sind beseitigt, die Kontrolle ist komplett durchgeführt, dann könnt ihr den neuen Tag anlegen. Und das machen wir jetzt dafür diese Phase, also dass wir dann den Start haben für die nächste Abrechnung, ist diese Funktion hier. Da klicken wir drauf. So, und da kriegen wir jetzt wieder eine Information. Diese Bestätigung ist erforderlich, damit man nicht versehentlich eben Daten löscht. Er sagt uns jetzt, willst du für Station 1 einen neuen Tag anlegen? Ja, wir wollen das jetzt, weil wir sind fertig mit unserer Tagesabrechnung, wir wollen den nächsten Tag anlegen. Info, in Stand 1 und in Spiritosen 1 werden jeder Endbestand in den Anfangsbestand kopiert und die restlichen Daten in Fassung, Eigenverbrauch und Bruch werden gelöscht. Also er macht uns jetzt mit einem Klick, mit diesem einen Befehl, kopiert er uns sowohl hier im Stand, als auch in Spiritosen, den Endbestand in den Anfangsbestand und erlöscht uns Fassung, Eigenverbrauch und Endbestand. Damit haben wir einen neuen Tag angelegt. Das macht er sowohl im Stand 1, als auch im damit zusammenhängenden Modul Spiritosen 1. Und da sagen wir jetzt einfach Ja. So, zack. Und wir sehen, jetzt ist der Endbestand zum Anfangsbestand gemacht, Fassung, Eigenverbrauch und Endbestand ist gelöscht. Und das hat er jetzt sowohl bei Stand 1, als auch bei Stand 2 gemacht. Damit könnt ihr mit einem einfachen Klick ganz schnell diese Daten übertragen, aktualisieren und ihr seid schon startklar für die Abrechnung des nächsten Tages. Weil dann kommt wieder das nächste Routinevorgang, die Daten vom Zwischenspeicher in den Tag zu importieren. Das heißt, hier wieder der erste Schritt dann, wieder so wie wir es vorher gemacht haben, eben die Tag in den Zwischenspeicher und hier dann wieder Zwischenspeicher in den Tag. Und wir sagen Ja. Und zack. Und wir sehen, wir haben alle Daten da. Und habt ihr das gemacht, dann könnt ihr wieder den neuen Tag anlegen. Und so geht es da hin jeden Tag. Und ihr seht, das geht wahnsinnig schnell. Also wenn man das einmal weiß, wie das funktioniert, mit ein paar Klicks schiebt man diese riesigen Datenmengen hin und her. Ihr braucht nichts abtippen. Das geht alles halbautomatisch eben auf euren Befehl. Und sehr simpel vom Aufbau her. Riesenkapitel, großes Thema. Wir haben da jetzt alle Funktionen für den Tag. Ja, ganz kurz, genau. Wir haben ja auch eine zweite Schicht. Die machen wir jetzt auch gleich, damit das auch vollständig ist. So, jetzt hier bei der zweiten Schicht hat sich dieser Block hier dazu geöffnet. Und da ist eigentlich, da ist alles identisch vom Aufbau her. Wir gehen jetzt kurz durch. Maske ist klar. Da startet klarerweise die Maske jeweils. Da ist auch immer hier entweder das Icon oder eben der Befehl. Es startet damit jeweils immer die gleiche Maske. Wenn man diese, eine dieser beiden Tasten oder das Icon benutzt, dann startet die Eingabemaske. Reset ist auch klar. Da kann man eben die jeweilige Spalte löschen. Fassung einfach braucht Endbestand. So, dann gibt es hier den Befehl C-Liste, Tag und Nacht drucken. Das ist das Pendant. Hier zu C-Liste, Tag drucken. Wenn wir auf C-Liste, Tag und Nacht drucken gehen, dann sehen wir, wir haben jetzt eben für eine Papiervariante von der Standkontrolle nicht nur den Tag, sondern auch die Nacht dabei. Also damit könnt ihr auch zwei Schichten mit einer Papier-C-Liste verarbeiten und verwalten. Dann gibt es hier den Zwischenspeicher Nacht. Zwischenspeicher in die Nacht. Das heißt, wenn wir mit dem Client arbeiten, ich mache jetzt da kurz den Client auf und wir schalten beim Client auch um auf Zweischichtbetrieb. Dann macht sich auch beim Client entsprechend die Nacht auf für Fassung Eigenverbrauch und Ende. Und dann haben wir auch beim Client hier die Möglichkeit, die Daten von der Nacht in den Zwischenspeicher zu spielen, damit wir sie im nächsten Schritt genauso wie beim Tag auch hier einfügen können. Also, wenn wir Zweischichtbetrieb fahren, dann kopieren wir einmal hier Tag in den Zwischenspeicher, jawohl, und dann sagen wir Zwischenspeicher in den Tag, jawohl, zack, dann haben wir den da. Und dann können wir auch sagen, ich füge jetzt noch ganz kurz einfach ein paar Daten ein, damit das nicht ganz leer ist. So. Und dann können wir auch im Client sagen bei der Nacht, Nacht in den Zwischenspeicher, damit holen wir uns alle Daten von der Nacht, gehen wir wieder auf Restaurant Kompass und wir sagen Zwischenspeicher in die Nacht, jawohl, und wir sehen, er fügt uns hier die Daten auch für die Nacht ein. Also, das funktioniert genau gleich, nur eben spezifisch für die Nachtschicht. Dann gibt es noch die Möglichkeit Endbestand in den, Endbestand Nacht in den Anfangsbestand Tag. Also, dann schnappt er sich nicht den Anfangs, also, wir haben es da schon gehabt, das ist das Pendant so hier, EB-Tag in AB-Tag, das ist jetzt EB-Nacht in AB-Tag, ja. Das heißt, auch hier wieder die Möglichkeit, wir können manuell den Endbestand von der Nacht, das wäre sozusagen der letzte Endbestand eines Tages, als neuen Anfangsbestand für die nächste Tagschicht übernehmen, ja. Ja, das werdet ihr auch noch selten brauchen, wenn ihr es braucht, könnt ihr es damit machen, ja. Das geht dann so, willst du den Endbestand Nacht als Anfangsbestand Tag festlegen, wir sagen ja, und wir sehen, und dann können wir auch noch, also, ja, das sind jetzt, der Nachtbestand ist jetzt da drinnen, und dann fragt er uns ab, ob wir die einzelnen Spalten noch löschen wollen, wir sagen ja, 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 und ja, und damit ist alles gelöscht, und damit hätte man rein das Modul Stand, ohne Spiritosen, rein Modul Stand, auf einen neuen Tag aufbereitet, ja. So, dann gibt es den nächsten Befehl, das ist Anfangsbestand Nacht in Endbestand Nacht, ja. Das ist dann hier, wir kopieren dann mit diesem Befehl A-B-Nacht in E-B-Nacht, geben wir noch ganz kurz ein paar Daten ein, da, damit was drinnen steht. So, und jetzt sagen wir, wir kopieren, wir arbeiten A-B-Nacht in E-B-Nacht, wir sagen ja, willst du den Anfangsbestand Nacht in Endbestand Nacht übertragen, wir sagen ja, zack, und jetzt überträgt das da rüber. Welchen Sinn hat das? Das ist wiederum eine unterstützende Funktion, wenn ihr mit Papierlisten arbeitet, ja, also wenn ihr die Zelliste in Papierform nutzt und nicht mit dem Client arbeitet, ansonsten werdet ihr es eigentlich nie brauchen, sondern nur, wenn ihr mit der Papierliste arbeitet, ja. Dann könnt ihr euch hier die Arbeit in Restaurant Kompass einfacher machen, indem ihr den Anfangsbestand zum Endbestand macht und dann nur die Abweichungen eintragt, zum Beispiel, ja, das waren dann nur zwei, nur einer, nur einer, dann kann man dann, dann erspart man sich sozusagen die Dateneingabe für die Felder, in denen sich ja eh nichts geändert hat, ja. Wenn man dann sieht, okay, Orange und Sout sind eh noch vier, dann brauche ich nur weiterklicken, ja. Wasser sind eh noch vier, nur weiter. Wasser eins, dann ist eh noch vier, Bier noch fünf, sind eh noch vier, nur weiter. Der Cappuccino A, das sind jetzt einer, einer, einer und dann braucht man eben nur die Daten eingeben, wo sich etwas geändert hat, ja. Also da kann man sich ja bloß eine Arbeit ersparen mit dieser Funktion A-B Nacht in E-B Nacht. So, jetzt der letzte Befehl hier im Bereich Neujahr, also in der Nacht, ja. Da geht es jetzt um den Befehl Neujahrtag für die zwei Schichten, ja. Und das ist das Pendant zu diesem Befehl Neujahrtag einer Schicht. Also wenn ihr in der Lage, in der Position seid, wo ihr sagt, okay, meine Abrechnung ist komplett fertig, ich habe alle Daten übernommen, ich habe alle Unklarheiten beseitigt, ich habe, wenn ich es möchte, auch fertig ausgedruckt, ja. Ich habe meinen Tag auch ausgedruckt. Dann könnt ihr eben einen neuen Tag anlegen und beginnen und das Programm sozusagen aufbereiten für den Datenimport für den nächsten Tag, ja. Und dafür gibt es eben diese Funktion hier rechts unten Neujahrtag zwei Schichten, die eben dann zur Verfügung steht, wenn man eben klarerweise zwei Schichten fährt, ja. Machen wir das jetzt einfach mal, wir sagen jetzt Neujahrtag zwei Schichten und es kommt wieder eine Bestätigung, die er uns abfragt. Er fragt uns, willst du für Station 1 einen neuen Tag anlegen und Information, er sagt uns auch, was er eben jetzt mit der Ausführung des Befehles alles macht, in Stand 1 und in Spiritosen 1, also bei beiden, werden jeder Endbestand Nacht in den Anfangsbestand Tag, also hier vom EB Nacht, hinüber in den Anfangsbestand Tag kopiert und die restlichen Dateien, die restlichen Daten, Entschuldigung, in Fassung, Eigenverbrauch, Ende Tag und Fassung, Eigenverbrauch und Ende Nacht wird gelöscht, ja. Damit wird ein neuer Tag komplett aufbereitet und wir sagen jetzt, ja, wir wollen das, zack, und wir sehen, ratzfatz, er hat jetzt einfach den Endbestand Nacht, den Anfangsbestand Tag kopiert und den Rest gelöscht, also resetet, gelöscht halt, ne. Ja, und damit habt ihr einen, damit seid ihr startklar für den nächsten Tag, ihr könnt wiederum die Daten für den Tag importieren, die Daten für die Nacht importieren, die Abrechnung machen und so weiter. Wie man sieht, also wie man sieht, der Datentransfer, die Übertragung von Client zu Restaurant Compass und das Handling der Daten innerhalb von Restaurant Compass, das geht alles sehr einfach, mit nur wenigen Klicks kann man da ganz große Datenberge hin und her schieben und verarbeiten. So, jetzt noch eine Information zum Ausdrucken, wenn ihr mit zwei Schichten arbeitet und ihr möchtet eben komplett alle Daten ausdrucken, also auch inklusive Stückumsatz und Umsatz für den gesamten Tag, also wenn ihr auch hier diese Spalten hier mit ausgedruckt haben möchtet, dann ist es empfehlenswert, wenn man im Programm oben auf Datei geht und dann kommt die Druckvorschau und es ist wahrscheinlich noch nicht standardmäßig eingegeben, das kann unterschiedlich sein, hier bei den Einstellungen dann auswählen, da könnt ihr die Skalierung auswählen, da dann einfach auswählen, alle Spalten auf einer Seite darstellen, weil sonst ohne Skalierung macht das nur einen 100% Ausschnitt von einer Bildschirmgröße, aber nicht die gesamte Breite von allen Daten und wenn ihr, damit ihr, also da sieht man jetzt zum Beispiel, er schneidet es dann ab und macht dann ein eigenes Blatt für den rechten Bereich und da macht es eben Sinn, dass man hier die Skalierung wählt, das geht sehr einfach, Skalierung und zwar alle Spalten auf einer Seite darstellen und dann habt ihr alle Daten für den gesamten Tag auf der Breite von einer Seite dargestellt und dann einfach auf Drucken gehen und fertig und damit könnt ihr eben auch den Tag inklusive der Nachtschicht, also Tag und Nachtschicht, einen Geschäftstag sehr einfach ausdrucken mit dieser Funktion. Ja, soweit Stand, Funktion und Bedienung, ich glaube wir haben das jetzt sehr ausführlich gemacht, sonst bei Bedarf einfach das Video noch einmal anschauen, zur Wiederholung, vielleicht langsam noch einmal einzelne Kapitel noch einmal hineingehen, einzelne Befehle sich noch einmal anschauen. Ja, freue mich aufs nächste Kapitel mit euch, bis bald und danke und ciao.